Wir waren für euch im Team Deutschland Lager beim Packen der Taschen und Koffer für die World Games 2020 dabei. Damit wir auch als Team Deutschland erkannt werden, gibt es für alle Athletinnen und Athleten ein einheitliches Outfit. Dazu gehören zum Beispiel Socken, Pullover, T-Shirts, aber auch Schuhe. Jede Menge Volunteers kümmern sich dabei um die richtigen Größen für alle 250 Athletinnen und Athleten. Damit beim Packen auch keine Kleidungsstücke vergessen werden, hängen überall an den Wänden solche Schilder, die die genaue Größe, Anzahl oder Farbe beschreiben. Die fertiggepackten Koffer kommen dann ins Kofferlager, werden nach Sportarten sortiert und anschließend an die Athletinnen und Athleten versendet. Also liebe Lena, dein Koffer ist gepackt.